ja schönen guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren folge die montage hotel test sein ich befinde mich hier in jena am rathaus 1 also das erste haus am platz ja mal gucken ich habe schon mal vorgelegt das sieht hier alles total schick ja dann kommt man hier so die treppe hoch zimmer 5 alles alles so alte sachen total schick große wand oder so einheit und meine oma auch und hier gibt es eine gemeinschaftsküche mit einem was dazugehört verschiedene kaffeemaschinen kühlschrank und herd und trallala meine zimmertür schon mal ja total kracher oder komme ich mir vor wie der ratsherr also erstmal riecht sehr gut ich weiß gar nicht ob man sich auf solche uralten möbelstück überhaupt drauf sitzen da ist eigentlich etwas für das museum auf jeden fall habe ich in diesem bett diesen sagt man was zu essen so hier meine toilette ein sauer und ordentlich großes waschbecken so und noch ein kleiner schrank und hier haben wir noch ein extra zimmer mit großer dusche tippitoppi hallo das haben wir jetzt auch da mit blick auf dem marktplatz eine wirklich schöne unterkunft ich werde jetzt mal das bett ausprobieren und den fernseher und die gemeinschaftsküche also ciao ciao und tschüss euer montagehotel tester